Hören, was Erfahrung spricht, hier ist so wie anderswo, nichts Genaues weiß man nicht, dieses aber ebenso. Moment mal, weil ich bin erstens einmal standpunktlos. Ja, ja, Kautau. Ich war damals die langsamste 100 Meter Läuferin und es besteht die berechtigte Aussicht, dass mein Rekord nicht mehr überboten werden wird. Wenn wir das, was wir heute wissen, früher gewusst hätten, dann stünden wir heute nicht so dumm da. Mit anderen Worten, wir wissen heute mehr als früher und kommen uns deshalb dümmer vor. Ja, politisch bin ich ein Trottel, aber privat kenne ich mich aus. Ein Abend mit mir. Glauben Sie, das ist lustig? Gut, Sie können das ja nicht wissen. Weil Sie haben ja noch nicht so viele Abende mit mir verbracht. Wie ich.